Musik 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 Ach, hier wäre der Verteidigungstor ok Musik Bei ihm wäre er hier gut Musik 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 So, kollabbt die Produktion jetzt mittlerweile wieder, ja scheinbar Also ja, wie gesagt, das kann ein bisschen dauern, bis die... ...grad die Räder hergestellt wurden. Aber auch die Waffen selber. Wobei der Waffenmacher hat den Vorteil, dass die... ...dass das Lagerhaus direkt gegenüber von seinem Laden ist. Oder seiner Werkstatt halt. So, die Steine, die ich jetzt so überschüssig habe, kann ich ein bisschen nutzen. Um einen Hauptweg etwas zu verbessern. Also den Weg zu meiner Hauptarmee. So, das sollte erst mal reichen. Ich habe nämlich... ...ja, ich habe noch mehr als genug Stein eigentlich. ...ja, ich habe noch nicht... ...ja, ich habe noch nicht... ...so. Dann zehn noch für dich. Also ja, hier in unserem Handkriegsplatz ist echt was los. Oh, da haben wir jetzt ein langes Stück Straße ausgebaut. Auch gut. Ich wollte eigentlich gerade sagen, ich habe keine Ahnung, was ich mit der Kohle mache. Aber ja, ist klar, damit werden die Kanoniere bezahlt. Also beziehungsweise das Pulver für die Kanoniere gemacht. Was gibt das denn, wenn es fertig ist? Also die Wurst für die Kanoniere, die ich noch brauche, ist da. Es fehlt noch eine Goldbünze und eine Kohle. Und ja, jede Menge Räder halt. Aber die werden ja zum Glück für produziert. Und ja, jede Menge Räder haltet. 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 Der Gegner langsam seine Armeen wieder aufbaut. Meint er hätte es irgendwie im Zangengriff. Untertitelung des ZDF, 2020 Die ZDF, 2020 Die ZDF, 2020 Und ja, ganz ehrlich, bei dem, was ich hier produziere an Wurstgrade, kann ich auch ebenso gut mal die Radherstellung boosten. Das ist eine gute Idee. Dann schaffe ich nämlich in derselben Zeit drei Kanonen. Immer noch toll, wie der eine hinten drauf sitzt und der andere ihn ab und zu mal anmeckert. Ja, guckt euch das Gewusel hier an. So muss ein Siedlerspiel sein, ganz ehrlich. Wir haben schon die Hälfte der Kanoniere für ihn hier. Ja? Ja? Ich dachte eigentlich, was ich sage. Radmacherräder. So, wahrscheinlich interessant anzusehen. Das ist die ganzen Einzelteilen. Na ja, gut, der schnappt sich da ein Rad. Ah, dann haut das Metall dran. Und schobst du da dein fertiges Rad. F-Kanonen fehlen noch. Dann haben wir genug. Dann kommen sie eigentlich auch langsam an. Für ihn hier kommt gerade die letzte an. Für ihn sind noch alle neun unterwegs. Also ja, sie haben schon einen weiten Weg zurück zu wegen von unserem Startpunkt aus hier bis zu unserem Meerlager. So, du hast jetzt aber alle und dir fehlen noch neun. Er ist noch acht. Sieben sogar nur noch. Na gut, jetzt muss eigentlich fast nichts mehr transportiert werden. Und vier. Untertitelung des ZDF, 2020 So, wenn er D-Räder fertig hat, dann stehe ich ihn auf einfache Verpflegung um. So, jetzt nämlich. Gut. Gut. So, jetzt dipped unsere K slipk thirst. Bis zum nächsten Mal.